hallo und herzlich willkommen ungefähr vier stunden später haben wir ein paar mehr Monde ein paar mehr China Länder ich weiß nicht wieso wir so viele China Länder hier haben aber wir haben sie und wir haben das nächste schon freigeschaltet und ich habe auch schon darauf gespart den Todesstern der Meth Szene ja hier ist nichts Neues hier ist nichts Neues außer dass ich alles habe sozusagen das hat hier aber schon ein bisschen länger Achievement habe ich hier noch das eine dass ich sozusagen so wie die USA also viele Dealer habe wie die USA Einwohner die habe ich auch schon hier bald hab ich schon alle voll da oben so dann hier dass ich einmal habe ich alles verkauft dafür habe ich diese Kriegung bekommen dass wir einfach alles mal verkauft hier habe ich noch Facebook-Seite geliked klar noch ach keine Ahnung was das hier ist auf jeden Fall haben wir jetzt ein März da das ist cool und wir können einen Wert Gruber für 50 Berlin also für 50 Prozent Milliarden einen kaufen er ist teuer aber er produziert wie ihr seht da oben ungefähr zwei Kilo mehr in der Sekunde und wenn ich mir davon jetzt ein paar kaufen mit dem Autoklicker hier das ist geil da produziere ich schon ein bisschen was außerdem habe ich herausgefunden wie man die zweite Upgrade Seite freischaltet man muss hier auf so einen komischen Engel klicken wenn er denn mal kommt er da das war der Leute wir haben die gerade freigeschaltet in der Aufnahme das ist cool das ist cool auf jeden Fall müssen wir jetzt irgendwie hier das weiß ich noch nicht wie das geht das werde ich noch rausfinden man muss nämlich irgendwie Dealer in ein schwarzes Loch schicken die Frage ist nur Lay of more workers ja genau Lay of more workers das müssen wir nämlich hier machen das ist äh mehr Arbeiter ins schwarze Loch schicken das heißt müssen wir jetzt hier die sell all oder müssen wir irgendwie rechtsklick hier irgendwo machen wir müssen irgendwie erschaffen die da ein paar Arbeiter in ein schwarzes Loch zu schicken mal gucken wie wir ein schwarzes Loch bekommen das sehe ich nicht bis Prozent gleich ich werde es jetzt ein bisschen so probieren bis ich hier noch mal hier das nächste freigeschaltet habe oder bis ich hier das schalte mit dem schwarzen Loch herausgefunden habe bis zum nächsten Mal also bis gleich tschüss und nur eine weitere Stunde später habe ich hier schon gleich zwei Sachen freigeschaltet einmal den Planeten das märz und einmal den zurzeitigen sternen auf dem passen 200 christopharmare auf die koste aber anscheinend nur einen dollar warum auch immer und die produzieren produzieren ziemlich viel dafür kostet das ding 45 trillion und auf dem da passt nur ein ding drauf einen kern ein core aber der produziert dafür noch mal mehr aber ich kaufe jetzt erst mal den hier oh cool ein real estate ja klar und jetzt kann ich ja mal eben wieder maximal voll kaufen und jetzt mache ich natürlich mehr märz einer sekunde was ich gar nicht mehr verkaufen kann weil ich 500 millionen dealer habe und ich nicht mehr haben kann das ist sehr blöd auf jeden fall ich habe immer noch nicht herausgefunden wie ich dieses schwarze loch bekomme um die zweite tiefen seite frei zu spielen ich habe hier mehr als tiefen setzt dass ich insgesamt eine trillion gekocht habe also einen trillion geld bekommen habe ich meine das hätte gerade ein paar Trillionen gekostet und dass ich insgesamt eine Trillionen Gramm meth gebacken habe gekocht habe ich habe da oben glaube ich auch keine Trillionen noch ich kann es einfach nicht mehr verkaufen seht ihr ich meine jetzt habe ich schon dieses hier diese diese trooper und so und keine ahnung es geht einfach nicht mehr und mir fehlen halt irgendwie noch jetzt drei achievements dann kann ich diesen typen hier freischalten naja jetzt speichert den actual ist es da ja und das ist ja bis gleich tschüss so da bin ich wieder zurück also eben gerade vor zehn sekunden sozusagen war es noch 17 uhr mittlerweile ist es schon 11 uhr abends also 23 uhr und wir haben ähm den planet of math freigeschaltet den habe ich sogar einmal gekauft zwischendurch noch dann haben wir schon den actual star den haben wir schon freigeschaltet da habe ich aber noch keinen von und black hole anscheinend müssen wir das kaufen um das freizuschalten auf jeden fall spiele ich mittlerweile in der version 050 nicht mehr in der 042 das heißt hier sogar noch eine sache im extra dazu gekommen und bei den upgrades auch noch mal ein paar extra sachen ich weiß gar nicht ob ich das eben schon erzählt hatte naja auf jeden fall den actual star den haben wir jetzt hier und der kostete uns auf jeden fall heftig und wir können für ja für einen dollar einen Chor kaufen und dieser Chor macht dann eine Billionen also eine Milliarden Gramm mehr in der Sekunde und auf einmal seht ihr machen wir 1,743 eben haben wir nur Prozent also in Anführungszeichen nur 743 Prozent Millionen gemacht jetzt machen wir eine Milliarden 743 Millionen in der Sekunde ja wir haben trotzdem schon einen Trilliarden als 4 Trilliarden Gramm und ich hoffe also die hier kann man freischalten indem man mehr Meth bekommt oder indem man mehr Leute dem schwarzen Loch spendet und ich versuche jetzt das zu schaffen durch diesen Core weil das hoffentlich schneller geht als auf 52 Trillionen zu sparen wir haben gerade 100 Trillionen naja jetzt haben wir gerade mal 10 wieder ja auf jeden Fall der Meth Star der die machen ein Kilo diese Meth Trooper und der hier macht eine Milliarden ja der hat eine coole Animation auf jeden Fall der Core ja und dann würde ich sagen melden wir uns gleich wieder wenn wir genug Geld für das Black Hole haben was wahrscheinlich erst morgen früh sein wird aber ich werde das aushalten so lange zu zocken also ich werde nicht so lange zocken aber ich werde Entschuldigung da war gerade noch mal YouTube Ofen hat sich geöffnet naja bis zum nächsten Mal schon so mittlerweile haben wir nicht mehr Samstag sondern Sonntag und auch nicht mehr Samstag 23 Uhr sondern Sonntag 17 Uhr es hat sehr sehr lange gedauert bis wir auf das bis ich das schwarze Loch jetzt hier kaufen kann also ich habe das freigeschaltet ich habe den Actual Star freigeschaltet habe den auch gekauft hier einmal das ist dieser hier produziert sehr viel Meth und jetzt kaufen wir ein schwarzes Loch jetzt können wir hier können wir da ganz viel rein feeden Sacrifice 0 das müssen wir da wahrscheinlich was rein spenden um hier die Upgrades freizuschalten dann spenden wir einmal rein 100.000 Dealer spendet man da rein und dann hat man hier den Diplomaten freigeschaltet das heißt die Dealer-Cell-Rate erhöht sich ok mhm wow sehr teuer aber Upgrades Successful so jetzt 30% mehr Einnahmen dann würde ich sagen füttern wir den noch einmal und noch einmal 3 Trillion ja da Upgrades Successful gut dass ich so viele Gramm hier oben gespart habe auf jeden Fall stellt der jetzt irgendwie 3 mal so schnell ein oder so hier doppelt so schnell doppelt so schnell das ist ja schon mal was dann füttern wir den wieder und nochmal und jetzt haben wir eigentlich nur noch 6 Millionen aber wir haben hier maximal Dealer 7 Trillionen so jetzt haben wir nichts mehr ein Gramm hier jetzt müssen wir hier wieder mhm Sachen kaufen mhm kaufen wir mal eben ein paar Maths Sterne hier wow wir wollen ja hier ein bisschen produzieren da so gerade mal 200 konnten wir davon kaufen und wir produzieren jetzt auch also wir kriegen gerade richtig langsam nur Geld rein aber das wird sich denke ich mal wieder steigern weil wir jetzt hier wieder ein paar mehr Dealer dazu bekommen und so in diesem Bank jeder oder so habe ich immer noch nicht freigeschaltet auf jeden Fall müssen wir den jetzt immer wieder füttern weiter hier mit Gramm zahlen und so 7 Trillionen Gramm darauf müssen wir wieder sparen ja auf jeden Fall das war jetzt ein sehr kurzer Part glaube ich aber ich werde jetzt mal weiter spielen bis wir hier entweder das letzte freigeschaltet haben da weiß ich gar nicht was das ist oder bis wir wieder irgendwie genug Geld haben und so bis zum nächsten Mal tschüss also bis morgen dann wahrscheinlich tschüss bis jetzt